Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Dragon Scabs. Ich habe es hier gerade schon heruntergeladen und auch meinen alten Account wieder gefunden, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen muss. Gut, da sind wir. Apfel. Da ist Apfel. Ok. Ich bin heute für die Appel gefilmt. Okay, keine Läge mehr. Das war's. Das ist ein Buch. Das war's. Traum des Heim. Das muss doch irgendwo was sein. Hm, ich seh da nichts. Keine Ahnung. Was ist denn hier? Das ist ein Buch. Dasезier ist ein Buch. Dynamik 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 Dynamiken Dynamik Dynamik Na, super. Ich häng wirklich schon fest. Ich hab sie schon fest. dann schauen wir mal brauner zucker und teig habe ich ein 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 schatz ein 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 das Ein Baum gefällt, das war es. Es war zu, nein. Ach, Jemine. Ach, Jemine. Steine fehlen. Edelsteine. Bärensteine fehlen. Schmetterling. Ein Fisch. Eine schwarze Feder. Ein Drachen. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Vielleicht auch noch was. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. 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 also das habe ich das habe ich das habe ich kann ich die bauen ich glaube da muss ich wieder zurück gehen schmied habe ich auch eins zwei dann kommt die vielleicht später die könnte ich bauen mit zuckermüde ich muss jetzt nicht gehen hier vorne schmied schmied gel so e Hm. Level up. Was steht denn dabei? Okay. Dahinten. Das ist doch gut. Jetzt weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Ach, ich hab hier wieder Energie. Ach, ich hab hier noch so. Ansonstenелен ab dem Bären. Ich hab hier noch etwas rechtes, also eine Kirchen hier. Hier ist es ein Verständnis. Bevor die Kirchen hier. Ich hatte nur ein Video. Das ist es mir für mich als dritte, was ich unterscheide. Der dritte Bruder wäre toll. Bananenbaum? 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 Ano? To nenamos deboiv. Deonamos deboiv. Ich werd an der Kiste ran. Ach ja. Boah. Das dauert aber noch ein bisschen bis ich da bin. Also ich könnte noch... Das hab ich ja irgendwo alles auf der Karte verstreut, wie ich das jetzt verstehe. Schmied ist irgendwo da. Das hab ich gerade gebaut. Der ist irgendwo da. Der ist irgendwo da. Und der auch. Irgendwo. Irgendwo. Die Bäume könnte ich noch zwei Apfelbäume pflanzen. Pflanzen. Die hier. Oh, und den anderen noch. Okay. Dann möchte ich hier jetzt mal braun Zucker herstellen. Das ist einmal braun Zucker. Schildbestellung. Ah, jetzt komme ich langsam mal ein. Okay. Okay. Ich muss erstmal dahin. Okay, okay. Ja, erstmal muss ich jetzt hier hoch. Ich finde einen Leuchtturm. Der ist hier oben. Gut. Ich brauche nicht die Sachen. Okay. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. ich glaube ich brauche das hier wow super Quarzsund vollständig da muss ich jetzt hin oh Oh, ich habe eine Mühle gefunden. Ich möchte aber da hin. Tada. Tausche einmal bei Fruchtwagen. Okay, einmal. Einmal. Ah. Mist. Okay. 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 Das habe ich noch geschafft, einmal produzieren Holz, Holz produzieren, fertig, vollständig, super, jetzt sind wir wieder beim Brunnen und ich habe mal eine ganze Energie aufgebraucht. Mal gucken, was ich hier so einsammeln kann. Da ist eine Schatztruhe. Das ist eine Schatztruhe, 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 das ist eine Schatztruhe. Denkt man, man ist da dran und dann blockiert was anderes. Mais, 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 Mais. Mais, Mais, Mais. Okay und hier haben wir Zuckerrohr brauche ich auch. Brauer und Zucker haben wir. Ja, noch nicht, noch einmal. Bin dabei, bin dabei. Ton, Tonbräuche auch, ja, Quarzsand. Das ist eine Minute noch. Es nimmt Hand und Form an hier. Das dauert vielleicht nur ein, zwei Tage. Oh. Wirken das. Ach, was sagen denn die Aufgaben hier unten? Er möchte gern Zuckerrohr noch haben. Und, wo bekomme ich das ja? Bei denen. Ach, dafür brauche ich Mais. Ich habe davon sechs Mais geerntet. Ja. 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 Okay, das mache ich gerade, das habe ich fertig und da Zuckerrohr ist auch am Machen. Ah, hier. Das war hier. Okay, die ist fertig und zwei Bananen sind auch fertig. Okay, dann haben wir das noch. Noch fünf Stück fertig. Machen, dann sieht es gut aus. Einmal Popcorn noch. Level up wieder. Schön. Popcorn. Na, ich brauche nur Mais. Ist schon fertig. Gleich das nächste bestücken hier, zack. Und hier nehmen wir jetzt den hier. So, einmal Popcorn. Simpon wollte ich noch machen. Da brauche ich Ton für. Ah, der ist fertig. Und hier ist diese Ton angesagt. Ach, ich brauche erst mal zwei Quarts für wieder. Nee, nee, nee. Ich kann hier unten die Kiste jetzt aufmachen, hoffe ich. Mal schauen, was ich noch mal aufmachen kann. Ne, noch nicht. Jetzt aber. Und da noch nicht. Was für ein Verarschen. Wart, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. und ein Ton fehlt und dann diese Trichter die Trichter muss sich bestimmt auf der Insel finden ein Geschenk sammeln ja, da ist ein Trichter drin und da der andere Trichter, Trichter hm sehr gut dann gehen wir mal hier wieder raus zu meinem Heimatdorf und da ist auch ein Geschenk nein Mensch ich möchte das Geschenk da nehmen naja, ich will keine mehr wo anschauen na gut das wird jetzt 10 Minuten dauern ich muss die also jetzt nochmal 5 Minuten und dann den Ton für 10 Minuten wo ich kann ja hier alles beschleunigen genau warum mache ich das nicht so zack, fertig den wollte ich zwar nicht vollständig machen aber jetzt habe ich ein Ton deswegen bin ich noch die Trichter Trichter, da brauche ich die Energie für an der Energie komme ich jetzt gerade noch nicht ran ja, da muss ich jetzt die Bäume wegfällen was ist das oh hier schön alles fertig supi warte mal da war noch Mais chips wie gesagt da komme ich nicht wohl von oben vielleicht ja von oben ok was fehlt denn da noch entfernen den bienenstock 52 das ist eine truhe und das noch eine truhe krieg ich die auch es ist ja hier nur noch den bienenstock entfernen ok das haben wir auch schon gemacht jetzt sind wir noch den bienenstock entfernen ist noch nicht ganz fertig hier haben wir schon mal zwei quest weiter fertig gemacht das ist schon mal sehr gut noch drei muss ich fertig machen oh hier fehlt der Mais, 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 Mais Mais haben wir hier noch zwei fertig machen ein Popcorn und ein Mais Popcorn ich habe kein Tickets mehr ich habe keinen Gleister und ich habe auch kein Mais mehr Mais äh das war der hier, Mais so Popcorn Mais mache äh Getreide habe ich Getreide angepflanzt nein Zuckerrohr Mist und auch so und Apfelschips zack wir machen also ich muss hier einmal Getreide anpflanzen Getreide so wird angepflanzt dann ist der auch fertig ja na gut Getreide ein paar Sekunden noch die warte ich dann noch und dann denke ich mal was das für heute hm hm ah fertig jetzt kann ich wieder hier Weizen empflanzen gut das war's dann für heute wir haben heute sehr viel geschafft obwohl ich am Anfang gar nicht mehr wusste was ich machen muss aber hier da drüber kam ich da ein bisschen wieder rein ja gut dann beende mal das Spiel mal und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video seid bis dann wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao